Wer noch die Gieze? Die laden wir auch. So gefällt mir das. Wir trinken mal ein bisschen Wasser. Das nimmt uns aber auch alt gekocht. Na gut, also alt gekocht ist alles gar nicht gekocht, ne? Wir nehmen aber erstmal... So. Okay, das müsste reichen. Dann müssen wir jetzt auch wirklich gleich los. Wir haben zwar nicht so viel Platz, aber was soll's. Was war denn hier nochmal? Reparatur, die Lampe. So. Alles klar. Auf geht's. Ab in die Chez-Modin. Wo ist die Alien-Basis? Da gehen wir jetzt nicht hin. Wir gehen jetzt mal dorthin. Richtung Osten. Wir erkunden noch ein bisschen. Haben wir noch eine Boje? Sehr schön. Ab geht's auf Erkundung. Weg da. Was haben wir denn hier? Ich glaub das sind alles Fragmente, die wir schon haben. Ich scanne sie trotzdem mal. Bleib friedlich. Batterie Ladestation, die haben wir. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Wann steht das? Leute. Jetzt wird's, jetzt wird's richtig geil. Jetzt können wir eine Bar aufmachen. Neue Blueprint. Neue Blueprint. Acquired. Yes. So, gefällt mir das. Was haben wir hier? Nix. Ähm. Nix. Interessant. Was haben wir hier? Das ist glaub ich vom Zyklob, ne? Das ist einfach gar nix. Ähm. Die Seemute muss her. Wo haben sie? Wo sind wir heran? Wo sind wir heran? Oh. Sieht kein Einstiegspunkt. Außen. Sieht nicht so aus, ne? Eine Tür. Offen oder verschlossen? Lockt. Also müssten wir aufschweißen. Schade. Ich hab mich schon gefreut. Hier. Ah, hier kommt vielleicht noch ein. Gucken wir mal. Essen. Was haben wir hier? Ah, muss ich öffnen. Ultragleitschwimmflussen. Sehr schön. Gucken wir hier mal scannen. Irgendwie so. Nein. Batterieladestation, das haben wir schon. zurückgelassen und PDA. Äh. Äh. Ja, ja. Äh. Ich brauch Sauerstoff. Moment. Ich lese gleich alles weiter und schauen wir alles an, wo ist unser. Da. Ich hab noch den Stilanzugfragment gesehen, aber das haben wir eigentlich schon. Trotzdem möchte ich da nochmal rein. Aber diese Ultragleitflosse, die sind stark. Die sind genial. Das war hier, ne? Bioreaktor. Haben wir den schon? Basis Bioreaktor. Ja, ja. Ähm. Irgendwo war noch was. Ich sehe halt überhaupt nichts. Naja, das ist hier, ne? Das Stilanzugfragment, das haben wir schon. Kann ich, keine Batteriezahl, kann ich nicht aufnehmen. Batterieladestation haben wir schon. Dann kommen wir noch hier rein. Vorratskiste öffnen. Yes. Danke. Ja. Ist das auch die Batterieladestation sein? Haben wir schon. Wir haben noch mal einen Container. Wir müssen auf... Danke. 30 Sekunden. Ah, ja. Äh. Äh. Schnell zurück. Jetzt wird's echt knapp. Jetzt wird's echt knapp. Jetzt wird's echt knapp. Jetzt wird's echt knapp. Ja, wo ist unsere Seemotte? Verdammt nach oben, nach oben, nach oben. Schaffen wir's. Das wird wieder so knapp. Meine Fresse. In der Hektik sehe ich die Seemotte immer nie. Uh. Alter. Mann. Wieso blinkt die nicht besser, diese kacken Motte da? Was soll das? Das ist das? Das ist das. Okay. Weg da jetzt. Ich möchte da noch mal rein. Ich hab's Gefühl, ich hab was vergessen. So. Den haben wir schon gescannt, ne? Den Trash. Jawohl. Alles schon gescannt. Hier kriegt man nix mehr auf. Das kann man nicht scannen. Jetzt gehen wir noch mal ganz schnell da durch. Hier haben wir alles geöffnet. Kriegen wir die Tür auf? Ne. Drehstuhl haben wir. Ja. Ne. Haben wir alles. Sehr gut. Dann wieder zurück. Ich möchte da raus. Hier gibt's auch was, ne? Mann. Lass mich jetzt nach oben. Was soll das? Wo ist die Motte jetzt? Ich find sie nie. Wo ist sie denn? Bin ich echt so blöd? Bin zu blöd. Da ist sie. So. Wir trinken erstmal unser normales Wasser. Damit wir nicht noch mehr Hunger bekommen. Obwohl. Gegen Hunger. Wir machen's so. Einmal essen. Einmal trinken. Alles klar. Plus 20. Genau. Und dann haben wir einen. Passt. Jetzt wird's gut. Okay. Aha. Wir suchen einfach mal weiter hier entlang. Wir haben einen Tisch gefunden. Sehr schön. Das freut mich. Jetzt hätte ich gern irgendwas, was wie ein größerer Raum, damit wir den Tisch auch platzieren können. Und zu einem schmalen, runden Rohr finde ich das irgendwie ein bisschen unpassend. Da kann man ja nicht mehr vorbeilaufen. So. So. Hier schießen wieder alle. So. Ah. Was haben wir denn hier? Wird wahrscheinlich gleich auf mich geschossen irgendwoher. Aber ich... Deskuss einfach mal. Ah. Es ist Bio-Reaktor. Das haben wir schon. Ah ja. Da rein. Willkommen her, Captain. Willkommen her, Captain. Das ist nur ein Stein. Ups. Sind wir da irgendwas kollidiert? Was ist denn das? Das ist nur ein Schattenfahrer? Vermutlich. Ein Bug. Nix interessantes, Mensch. Ah ja. Hier schießen die Pflanzen wieder aggressiv. Wie soll man hier was finden? Das ist echt... Ah 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 ah. Unterstehe dich. Schon wieder einer. Und die Pflanzen haben irgendwie ein Texturproblem. Wenn man die so gerade, ne? Na gut. Macht ja nix. Hier noch was interessantes. Oh. Das könnte interessant sein. Schauen wir mal. Schubkanone. Yes. Ich glaub der Fan ist noch weg. Jetzt haben wir alle. Oh. Schön. Schubkanone. Oh. Jetzt geht's so Small. Jetzt bekommt ihr aufs Maul. Und ich wahrscheinlich dann auch noch mehr. Ja. Wir haben sie. Unsere Schubkanone. Das ist auch die Schubkanone. Ich... Ja ja. Das ist die Schubkanone. Oh. Wow. Wer, was, wo? Piss dich. Lass mich in Ruhe. 160 Meter. Autsch. 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 Langsam. Lebensgefährlich. Strahlungfische. Aha. Das heißt, hier können wir gar nicht raus. Aber hier könnte es interessante Sachen geben. Vermutlich. Vermutlich. Ich schau mal ein bisschen rum, ob es sich lohnt. Ich denke schon. Jetzt ein paar Pischen auf jeden Fall. Was ist denn denn drin? Wir haben um die Schubkanone, ne? Wieder die Schubkanone. Metalschrott. Schubkanone. Ja, ja. Ja, ich bin ja schon wieder drüber. Jetzt beißt der mich auch. Sag mal, was habt ihr denn heute alle? Lass mich doch in Ruhe. Ich möchte nur ein bisschen scannen. Ein bisschen umsehen. Also irgendwie so wirklich interessante Sachen habe ich hier jetzt nicht gefunden. Oder ich bin einfach zu blöd. Hm. Wohnt sich das eine Boje hier zu lassen? Ich weiß es nicht. Das ist echt eine gute Frage jetzt. Wir schauen mal ein bisschen weiter. Finde ich den Platz sowieso nicht wieder. вiel zu viel von den gefährlichen Kreaturen. Ne, ich seh hier nur Metallschrutz und schrungen. Was sind wir denn hier jetzt? Da ist mir schon wieder einfach viel zu dunkel. Zurückgewonnenes Wasser, okay. Sind die gefährlich, die müssen wir eigentlich auch mal scannen. Ich weiß, ich kann nicht erwarten, dass alles sofort erreichbar ist in den niedrigeren Höhen. Oder in den niedrigen Höhen, in den niedrigen Tiefen, so muss man sagen, aber es wäre natürlich schön gewesen. Ah, deswegen die Strahlung, wir waren nahe an der Aurora. Ja, okay, dann brauche ich das ja natürlich nicht markieren. Jetzt gehe ich aber schon mal daraus reparieren. So, weiter geht's. Die Aurora ist also Richtung Osten, dann gehen wir mal Richtung Süden wieder. Wir tauchen ab. So, 100 Meter, 200 Stichgrenze. Okay. Große Salzvorkommen. Das lassen wir jetzt mal noch schnell in Ruhe. Interessant. Könnte vermutlich zur Energieproduktion nutzen. Das sieht aus wie ein Fragment. Schauen wir mal nach. Was? Ist es zu heiß? Warum auch immer. Ich gehe jetzt los. Ist ihm einfach schlichtweg zu heiß hier. Verständlich. Kann ich den Stein mitnehmen? Oh, ja. Oh, ja. Ah, grischtal. Das Aluminium sind schon interessant. Ob wir es jetzt schon brauchen? Wahrscheinlich nicht, aber... Mann, das sieht schon genial aus, ne? Ja, schon wieder. Oh, hier, komm, ich glaube, wegen 1 Meter gleich 10% Schaden. Bist ja nicht ganz dicht dem Kopf, oder? Okay. Okay. Ich stehe da mal raus. Leute, wir sind hier genau richtig. Wir kriegen unseren super Anzug. Den brauchen wir. Oh, wenn es den hier gibt, dann feiere ich so. Also hier lassen wir wahrscheinlich auf jeden Fall eine Boje. Wahrscheinlich, ne? Toller Satz wieder. Mit dem Anzug können wir noch tiefer. Das ist gefährlich. Hier war was. Ein Basaltbrocken. Ja, was haben wir denn hier? Scannerraum. Ja, wir kriegen endlich ein größeres Zimmer, Leute! Wir sind genau richtig. 30 Sekunden. Schnauze. Ruhe! Wenn ich mal was Tolles zu erzählen habe. Das sieht hier so genial aus. Und schnell ein Foto machen. So viel Zeit muss sein. Oxygen. Ja. Also so viel Zeit nicht. Jetzt. 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 Das war die Thumbnail des Jahres. Schön wär's. So. Einfach hier Müssen wir festhalten, unser Ausflug. Okay. Jetzt aber weiter. Hier ist noch ein Stückchen von unserem tollen Anzug. Oh, die dr REM. das war nur der arm das heißt der ganze anzug den haben noch gar nicht was gibt es denn hier näherstoff passt ja wir bekommen eh bald hunger wieso gehen unser sauerstoff so schnell aus ich kann zwar nicht tiefer tauchen aber ich kann mich anders positionieren und jetzt geht es voran der wurfhaken armen den hammer gab schon die kiste ist leer auch hier nix vorratsküste dann haben wir schon was zu essen bin ich war mit kraft war kann man das schon nicht mehr einsam ist auf das scanner raum sein wahrscheinlich jetzt auch schon jetzt haben wir schon wieder so man kann ich gar nichts entdecken so schnell wie das hier ausgeht ja ja ich bin doch schon drin so also wir müssen jetzt so tief wirklich wie es gehen müssen jetzt auch nicht schnell 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 gibt es aber nix mehr so wie es aussieht ja den wurf haben wir schon scanner raum haben wir auch auch scanner raum es wird wahr wir brauchen noch wie viele fragmente noch eins nach oben direkt macht die kiste auf jetzt wir haben wieder was zu essen schön es lohnt sich einfach diese expedition das wort scanner schreibtisch wird die sekund so geht es gar ist nur gut dass man es jetzt in sichtweite haben wir ja ja ruhe deiner maximaltiefe da unnützes fahrzeug macht platz ok ja also dann erstmal was wir trinken wir trinken wir trinken wir essen der nährstoff block haut rein schön und was soll es wir trinken noch mal jetzt haben wir ein bisschen platz wir sind schneller schneller es muss viel schneller werden das ist der anzug und schreibtisch haben wir auch hier haben wir alles geöffnet das ist auch das scanner raum was ist das membranenbaum ja toll dann scannen wir halt den auch noch wird aber echt ewig das kann man nicht scannen echt schade dann wir jetzt Vielen Dank.